Herzlich Willkommen zu eurer neuen Folge Enter the Gungeon. Ich spiele heute mal ohne Flo, da ich ihn in die Küche verbannt habe zum Kaffee machen. Und nehme meine Jägerin und dann gehe ich mit den 32 Credits, die wir haben, einfach mal in den Shop und kaufe uns die Eisenbahnkanone oder Eisen-Schienen-Kanone. So, und damit fehlen uns jetzt nur noch eine Kanone, glaube ich. Das ist die, die einfach mal 100 kostet. Und ja, ich gehe immer davon aus, dass Flo in den Abgrund fallen möchte. Ja, Dual-Controller, ich kann so nicht spielen. Aber da kam zum Glück Flo. Und da geht Flo wieder. Naja, ich schaff das schon. So, wollen wir mal gucken, ob ich... Ja, ja, was suchst du? Ich habe keine Lust hier mitzuspielen. Schon mal ein Lautschafter, wo wir noch lauter werden. Und wieder leiser werden. Schneller, 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 schneller. Mann, weißt du, weil du hier nichts vorbereitest. Ich habe vergessen, wie das Spiel geht. Weil du dich einfach mal nicht bewegen wolltest. Ja, ich bin faul. So, immer noch laut. Ja, so hören wir was. Ich hoffe mal, inzwischen hat sich das bei uns schon angepasst. Unsere schlechte Qualität wird immer schlechter. Meinst du vom Sound her oder meinst du von der spielerischen Leistung? Ja, spielerische Leistung, muss man sagen, waren wir beim letzten Mal sehr gehandicapt. Ich muss auch sagen, ich kann mich nur noch an Wärme erinnern. Aber es ist ja auch nicht warm. Es war... Ja, okay, da haben vielleicht zwei Hobbits den Ringen in den Raum geschmissen. Aber... Es war tropisch praktisch. Ja. Ich habe mich gefühlt, wie auf Bali. Neue Strand. Und ohne Blasmeer. Und ohne Massagen. Und... Ja, das war... Nicht Bali mit den Massagen. Achso. Tahiti? Kommst du mal oder? Nein, ängstlich. Ängstlich, so wie immer. Merkt das schon. Wie machen wir das denn hier am besten? Ich hoffe, was cool ist. Oh, das ist wirklich cool. Kostens. 35. Was hast du jetzt gekauft? Ich hab nur von der ferne... Äh, na die Schienenkanone. Du kennst dich schon? Nö, guck ich auch nicht. Ich kann doch nicht alles wissen. Ich kann doch nicht alles wissen. Also, ich stelle mich meist dahin, das würde ich alles wissen. Ja, aber... Ja, sonst fragst du ja immer so, soll ich dich jetzt spoilern? Soll ich das wirklich verraten? Denkst du auch? Oh, ich hab nichts anderes zu tun, das den ganzen Tag und dieses Spiel zu spielen, oder? Oh, ich sitze im Boss rein ran sein. Hätt sich ja richtig gemein. Hätt sich mal machen sollen. Die erste kannst du es nicht mehr. Ich wollte es eigentlich so schießen. Und so gemein bin ich halt nicht. Heute nicht? Nee. Ich merke nur gerade, dass ich vielleicht... Wie warm war es denn draußen? Das ging ja eigentlich heute. Mal überlegen, ob man das Fenster aufmacht oder so. Ja, und dann nach dem Run, oder? Nach dem Run. Dann nur dein Run ist das gut. Und du hast das scheiß Ausreden. Das ist eigentlich nicht gut. Das ist super gut. Ich kann nicht mehr mit der Strafkampf anfangen. Ich fange gerade ein, weil ich gerade mal geguckt habe. Wuiuiuiui. Wegen irgendwelchen einsetzbaren Items. Ja, das... Denk ich auch hier so. Da ist schön. Wolle zu fallen. Geh weg. Geh weg. Äh. Schieb sie mal rüber. Schieb sie mal zu dir rüber. Ja, ja. Ich bin an der Maschinen. Schieb sie doch. Schieb sie doch. Ach ja, ja. Fertige. Wieser der nicht immer kommt. Das ist nicht, dass der nicht immer kommt. Schön mit dem letzten Schuss. Das Wasser fasst sogar ganz gelassen. Mann sind wir heute gut. 35 willst du dein Messerschild haben? Nö. Achtung aus den Ecken. 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 Das sagen wir öfter mal. Nein Aufnahme. Naja, wir verpassen auch glaube ich sehr viele Updates immer. So wie ich mich an den letzten Run erinnern kann, ist es einfach nicht das verpassen an Updates, sondern das verpassen an Spielen. Schieß doch. Schieß doch. Schieß doch. Schieß doch. Mein Dank ich ihm. Achso. Das musst du eher sagen. Schießt das Tisch und Werfe. Na na na. Grün ist gut. Äh. Genauigkeit. Ja. Schießt noch genauer. Jetzt nicht Rotwinter. Ne. Scharfschütze wäre sehr geil. Weil damit wären die ganzen Scharfschützengewehre stärker. Mit dem Ding ja. Ja. Du bist scheiße. Ja. Ja. Bist du wirklich. Mit dem Ding wären die ganzen Scharfschützengewehre. Geschütze. Äh. Stärker. Kannste nehmen. Diegel. Das ist ja kacke. Ja. Da gehts nicht. Das ist wirklich kacke. Irgendwie. Trotzdem. Na das ist doch trotzdem mehr. Chargingrappin. Ja. Ja. Ob die beim Boss so gut ist. Wahrscheinlich nicht. Eben. Aber ja. Chargingrappin. Voll cool. Wir haben nicht mehr den lustigen Cube gehabt. Wo du dann stärker wirst und später wirst und stärker wirst. Was denn? Ja. Hä? Ich hab da extra drauf geachtet. Entweder haben sie. Ui. Was denn? Ja. Ich darf nicht mit dem aufgeladenen Schuss sie töten. Oh. Die Schleuder. Das ist cool. Ja. 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 Dann nehmen wir mal die Eagles endlich. Nach deinen coolen Aussagen. Den haben wir noch lange nicht mehr gehabt. Oh. Das war übrigens glücklich. Nö. Boah. Jetzt hast du das Panik gemacht. Wo hast du noch einen glaube ich? Ja. Ja. Nochmal. Nochmal. Danke. Das war's. Wiii. Ich hebe ihn noch auf. Aber hat man nicht mal gebraucht. Okay. Die Frostwaffe. Die ist okay. Ähm. Das war schild oder doch mal so schild. Ja. Das wäre mir überlegen oder die Ohrenschlüssel halt. Ne. Im Schlüssel. Das war schild. Nein. Ich finde es besser schild gut. Ja. Ist auch gut auch. Nein. Mein Run. Ja. Verkackst du nicht. Ja. Mach ich auch. Ist doch okay. Okay. Jetzt kannst du mir immer noch sagen. Mensch. Hast du Lust mit deiner scheiß Frau? Ich bring dich glaube um heute. Bring dich mal lieber selber um. Lösung Nummer 1. Bring dich um. Ja. Also Leute. Wenn ihr nicht weiter wisst. Ja. Bring Benni um. Woll ich sagen. Also nicht aus ihr schon wie er dachtet ja. Wollte niemals unseren Zuschauern raten sich umzubringen. Hallo. Wenn sie verklagen die mich noch. Danach. Bist du schlecht. Ja. Vielleicht krieg ich ja auch irgendwann eine Heilung ne. Wenn du dich nicht nur dreimal treffen lässt. Ich lass mich extra nur deswegen treffen damit du keine Heilung bekommst. Müsstest du langsam mal gemerkt haben oder? Pam. Und was hat denn deine Schleuder noch genug oder noch? Ja. Ja. Wollte sie nicht mal. Der war ja lustig. Der war die ganze Zeit drauf gewartet dass die Schüsse anhalten. Dann fiel mir ein. Falsche Ebene. Ja. Oh oh. Digga. Ja. Den haben wir. Die Schlüssel in die Ecke. Äh. Noch nicht. Oh hier ist der Shop schon. Und er hat nur schöne Sachen. Du willst weiter oder? Ja. Wollte das Schüssel oder? Wollte das Schüssel oder? Wollte das Schüssel oder? Wollte das Schüssel oder? Wollte das Schüssel? Ja. Dann vergesst man es aber zumindest nicht. Ist das denn schon mal passiert? Wenn wir uns sowieso zurück teleportiert in den Raum. Vielleicht ist das ein Rundkurs und dann werden wir nicht in den Raum gekommen. Was weiß ich denn? Doch. Da gehen wir Gänge ab. Und? Und selbst wenn es ein Rundkurs ist, wären wir ja erst recht in den Raum zurückgekommen. Nein. Ach stimmt. Das haben wir ja Rundkursen so an sich. Dass sie nie wieder da ankommen wo sie angefangen haben. Deswegen. Da sind ja nur Rund gehen. Deswegen heißen sie ja. Endkurs. Das ist auch fast ein Endkurs. Aber leider nicht ganz. So. Komm weiter. Los. Mach hinne. Komm weiter los. Er kennt es nicht. So. Stopp. Sniper. Mit der Diegel. Wer kennt es nicht? Sniper Diegel? Puff. Nee. Ja. Das hätten wir normal machen können. Dann gehen wir wieder ein. Nein. 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 Da war doch irgendjemand. Bei One Piece hat immer dieses Wort hinterher genannt. Wie auch immer. Nein. Bist du billängstig oder? Ja. Ja. Ich fand. Komplettes Vertrauen. Ist. Dahin. Stopp. Gute Schuss. Gute Schuss. Gute Schuss. Gute Schuss. Du machst das. Wo. Ist. Kiste oder noch? Warte. Noch einer? Oh. Oh. Gute Reflex. Gute Schuss. Niemal краi. Was denn? Was das Runden noch kommt? Ja. Die genug. Endlich. Für dich. Meine erste Heilung. Ja. Das. Das sodass ich in einer Art Buch kleben. Wie bei Babys. So. Die erste Heilung. Meine erste Heilung. Aber bitte mit. Schönes Bildchen. Eine Geschichte dazu. und datum so und das mein kleiner flo war deine erste heilung sorry macht doch nix unser blutrang der schusswaffenfreundschaft naja naja schusswaffenfreundschaft ja könnte man überlegen ja kannst halt übel schnell schießen und nachladen würde es bei der schleuder weiß ich nicht so richtig das bringen wir da können wir überlegen dann muss jetzt aber erstmal die waffe so gut wie leer schießen und dann die muni anfordern ich glaube gefährlich ist ja ist an sich recht muni effizient natürlich relativ gesehen weil der fadenscheiße ist aber das war kacke von dir warum wenn die noch berg hat weiß man ja nun das ist ja natürlich dass du dort in die richtung so rennen wollte gerade sagen naja doch nun als dass du gerade selber zu geben dass du scheiße agiert hast weil die mich reingeschoben hast du wissen müssen dass die noch das ist aber auch kreise gerannt vorher kommt er noch mit dazu da können wir noch zwei dazu da ist lustig geflogen ja es können nur zwei dazu du und du ist das so wie die band ich und ich oder was ja cover band du ins du und du das war knapp ich wollte es eigentlich nehmen ich weiß ich riefs ja oder noch schneller das kennt irgendwie die aussage wow let's go plus minus null holst du irgendwas ne ne aber erstmal hier noch lange schauen jetzt machen wir jetzt schon ja irgendwie schreien oder sowas ja doch was cooles denn nicht schreien warum nicht schreien ja wie wärst du noch 100 die hälfte dann nimmst du kurz mit und dann kriegst du es einfach brauche ich nicht 100 wie gesagt ja gut aber wenn ich mir eh was kaufe das war schlecht gebe ich auch nun ehrlich zu ich bin im schuss reingelutscht da hast du gleich wieder deinen preis damit du die heilung nicht bekommst ja i hate you weil du mir den schaden verpasst hast das lieben so haben und die gäste aber nicht sehr gut dabei dabei okay weil dann kannst du ja mal kurz überlegen und so da kannst du jetzt auch mal so fertig überlegt was kann so trotzdem auf ja ich glaube noch einen rohen schlüssel und dann geht es zum boss jetzt kommt dass ich auch die geräusche mit rein doch das stimmig reiß jetzt hier das mikro raus bei vorbeilaufen das machen das naja ich nehme die auf kurzwahl mit durch den erstmal kurz einfriere oder erstmal verlangsame oh du nimmst die naja ich glaube das besser weil wir dadurch spielen wir ihn ein er wird langsamer kannst du mit der schrott übelst durchladen eigentlich wenn du schusswaffenfreundschaft hast das stimmt auch wieder nein soll man das erstmal versuchen denke schon wenn er langsamer ist schießt er oder sie jetzt in dem fall auch viel weniger das war jetzt dumm in der tat das war jetzt dumm in der tat das meine ich das ziehst du ja übelst langsam ja ok super riesen tipp super teamwork woos dafür nehme ich meinen helden wieder da ein schild auf dem boden und der ist jetzt ein schild einfach auf das soll genauso machen oder nach einem raum super geheimraum so ulti geheimraum ulti ulti sind deine ulti übrigens haben wir eine mini fang kong berliner berliner also warum so vorstellen das ist frida hike es mini berliner kannst du mir meine diegel wieder geben ja woher ist gut irgendwas mit berlinerischen akzent sagen und dann fiel auf ich kann kein berlinerisch berlinerisch obwohl da ja mal lange zeit waren aber du kennst kein berlinerisch ja ich kenn kein berlinerisch ja lustig sniper nein das war schlecht nein das war toll das war toll geh weg splitter find ich ne witzige kombi erst mal einfrieren und dann optisch rot wechseln schnell also schon von sich aus deswegen ist ja top die zu nehmen kommen halt schön schnell war einfach mal und da war es ja am anfang eigentlich noch verbrauch die schröpfen der eigentlich schon ne weil bei mir die muni geht langsam runter und sagen wirklich wenn du den trank jetzt am anfang nicht so ja ja ich habe irgendwie auf dich geachtet ne er lebt noch aber ich hab mal angeschaut ja wow danke ne so ich dachte dass das hier in der mitte ist das ding das x na es gibt noch so ein ding achso schieß doch auf mich kann ich doch ne das war es echt nicht mit absicht naja ja aber wir haben zwei posten floor lassen das obwohl wir die ganze Zeit noch scheiße labern ja also scheiße labern machen wir ja immer aber ich glaube das obwohl wir die ganze Zeit scheiße spielen ich spiele eigentlich ganz gut dafür gerade habe ich jetzt nicht so ich bin bei mir gesehen ich hätte vielleicht deutschen hätten ja das hätte für uns auch fertig das wäre jetzt sogar auch nichts gutes gewesen da ist keine mal kippen äh was denn wenn nicht nehme ich ja die frage sollte man das einfach 2-3 mal rauchen und fertig du kannst auch lass mich mal kurz überlegen natürlich naja könnte es jetzt komplett rauchen tot dich töten praktisch wir wissen aber immer noch nicht ob die Stats halten nach dem Tod achso das ist wahr deswegen würde ich jetzt einfach mal so 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 dreimal ja zweimal geht noch oder zwei Herzen ist ok ok mach du auch nochmal ja so äh Gasmaske ah man schon das ist natürlich cool das fühlen wir einfach gut ja das fühlen wir einfach gut das ist eigentlich ein Anreiz gut zu spielen dieser Raum kommt mir gerade echt nicht bekannt vor ne ich habe eigentlich gerade irgendwie erwartet dass ja so ein dieser 3er Tower genau mit dem Spawn ok das ist ein widerlicher Raum aber aber oder so oder so da war dafür ist gerade die Effizienz im Treffen wirklich gut da ist er merkst du es denn wirklich ja gut aber die biegen tun sie sich nicht also homing sind sie nicht oh leer bei dir warte mal ich muss mal kurz eine Pause machen geht weiter jetzt uiuiui der da natürlich mit der Eck auf immer kommen hätte ich auch nicht erwartet Atom kommt zu dir das ist easy keine Probleme hier no problems los juhu langsam der los gefahren ist tschüss hey immer noch von einem Wagen in den nächsten springen so ist mein Leben immer auf Achse bei mir war Panic Blink äh Blank ah wie viel hast du? immer noch mehr als die Hälfte ok dann würd ich das erstmal kurz nehmen die gehen irgendwann auf ne Achtung naja da renn ja weiter oder ja ah das ist uncool ja da gehen wir da unten rum eben und hier hast du gerade zerplatzt unten naja ich weiß nicht ob noch ein paar noch mehr im Raum unterreden aber weißt du was ich meine? das Wasserfass jede Kuh ist getroffen nein Achtung zu dir ich hab mich langsam mehr da diese Drehung gemacht was zur Hölle warte 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 ich bin gerade am überlegen ob man zerschießen sollte und vielleicht doch mal auf Richtung Müll geht weil wir haben noch zwei Ebenen ja wo bist du denn so gut aufgestellt? naja ist ne braune Kiste also ja ok machen wir halt auf Achtung ist ja kein Schloss so die können wir gleich in den Mannscher werfen in die Muni? da wolltest du mir überlegen ob du sie nehmen willst weil wie gesagt ich hab gerade beides aufgefüllt bei mir ok dann kannst du es halt nehmen ja schon die Diegel an sich ok naja dann also die hatten schön knockback uuuuuh aaaa uuuuuh ehen? ne ne das ist ein Integrator der war geil glaube ich wieder zu Staub das Integrator ich lege echt gerade das ist ein östen Strahl gemacht glaube ich ach ja alles klar den hatten wir mal in den ersten Folgen ey das ist so lange her die haben die Schüsse von der Waffe geändert dass die langsam schwarz werden die langsam schwarz dann muss er gucken siehst du das? die kühlen ab ja war doch recht ich hab mal hier gekocht ich hab mal hier gekocht also dass wir da nicht getroffen wurden respekt an uns respekt ja fand ich irgendwie auch so ein bisschen so ja es war dieser eine Panikraum wo dieses Vieh auf uns zuflog achso alles klar ähm und dann würde ich dich noch rein werfen mhm und noch gefroren den drin? nö ja Duellpistole ok ist ok weiß nicht sie machte was? sie hat Querschläger ist sie bald von den Wänden ab und geht glaube durch 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 da hast du deinen genau ah ok fast knapp würde ich meinen oh ja ah da hast du einfach geplatzt vor Freude vor Freude vor Freude ich hab ihn einfach eingefroren ich hab ihn einfach eingefroren ah das kommt jetzt auch wie echt wenn die kurz vorm Froststatus sind wie langsam die da echt agieren das ist so geil Gang nein Raum tatsächlich Mann tatsächlich Mann tatsächlich Mann da gibt's nicht durch die Coolness kriegen wir jetzt so viel Muni ziemlich geil eigentlich ja muss ich das mal wieder für mich nehmen klar Seel wir warten das ah ne eigentlich ist da ist ja mehr Fluch ist mehr Muni und äh Kisten eigentlich oder oder raumdropft generell uiuiui ich wohne natürlich irgendwas geflucht sonst hab ich nicht weggekommen ne das hat man bewusst bemerkt Achtung all auf dich ja 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 ha all auf dich aber Schlüsse kriegen wir doch jetzt schön viele ja raumdropft ja schon schön hat man schon eigentlich kein Raum ne ja ein halbes Herzchen immerhin schon mal was und Rüstung nimmt man also links geht es noch weiter links na da ja das das normale links nicht das andere links in den Raum nach oben genau das links links in den Raum nach oben achso na klar lader einfach ab was ja schlicht und neigerollt anscheinend brauchst du kann man nehmen ja gut ja dann würde ich sagen auf zum Boss mach mal deine Eiswaffe raus ha mach mal deine Eiswaffe raus achso hä ok weiter bereit ja der Panzer so knapp ja ich hab' keinen Blank mehr ok ich hab' keinen Blank mehr ich hab' kein Blank mehr wir haben so viel schon Blank mehr vor uns mal aus Panik oh nein sehr blöd dass ich jetzt extra umbringen lassen damit du jetzt wiederkommst ja naja ja ne ist ja richtig zwar jetzt einmal so viel schaden bekommen ja wie soll ich nicht ziemlich neues mehr oder weniger im shop gab es noch ja es war die maske die gasmaske naja gibt sich auch wo du wolltest sowieso noch manchen ja schon die pistole stolle ne eigentlich nicht so haben wir auch nicht wollen wir es mal wieder tauschen ja ja das können wir gerne machen ja ja ich brich nicht mit vollem mund das macht das auch danke mein akku ist was wir machen mit eiskalter himbeer füllung hat er im bär im bär schon dem bär drauf haben sich verarscht das ganz klar erdbeer müssen so einreden muss so verklagen sind leider nicht in amerika schade hätten wir jetzt millionen zuschau das war wichtig bevor zauberung eigentlich mal dass die schnell geschossen haben oder waren das dann doch die noch später kommen die noch später kommen die schießen bloß gezielt in deine richtung wohin läuft das schworen die sommer der krieger der krieger Achtung, naja, die ist auf mich, der Schlüsselmeister, nein, der Puls war aber auch schnell, schade, Bullshit ey, Bullshit getacted. so, gucken wir mal wie die Duell-Pistole ist, in dem Raum könnte es wirklich cool sein. ich habe mich schützend vor dich geworfen geblankt und trotzdem schaden bekommen ist das bitte diese waffe ist einfach nur kacke warum was machte denn sie schießt naja und geht halt durch die schüsse ja das war es auch zu spät abgesprungen die kleine achtung was ist los und da kommen die schüsse schüsse geachtet nicht auf die kleinen fischer die da ankommt die waren dazwischen halt gut ja mann mpc 30 jahren ja das ist schon mal nicht schlecht ganz ja doch noch bild treffen lassen und ob das mehr schaden macht um zu geladen für der liebe ob es einfach nur noch so hitbox ist aber wahrscheinlich schon ganz ich denke schon dass es mehr schaden macht das war klasse das war der plan halt gut funktioniert am ende ja als ich mir dann gesehen habe aber vorher auch schön kassiert meinen eigenen diegelschiss der lese auf einmal auf dem moment wenn der lese auf das neue song oder so moment der lese an der lese an der lese an der moment der lese an mit dem der lese an ich habe sie jetzt beim wort genommen mit ich kann mich doch ein paar mal treffen lassen ja wusste doch nicht warum du um Link dort raus wolltest wusste ich auch nicht weil ich wissen wollte was in diesem Raum kommt hast du wahrscheinlich vermutet dass irgendwas auf uns zu rennt ja einfach nur kämpfen einfach nur kämpfen einfach nur kämpfen ja einfach nur hinter uns in die wand geportet zum glück ja das wird schnell sein beste taktik gehen die wachen aus weil es desintegrieren da muss halt noch passend nicht dass man irgendwann mal zwei schüsse in einem komischen raum kassieren ja ich kann auch jetzt direkt heilen zur sicherheit besser wenn man einen Panikraum kriegen ja ne hast du schon recht und ich dann auch noch irgendwas du bist weg ich bin alleine weiter bringe jetzt kaffee du sollst mal anfangen wo war 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 und nicht mal einen shop also eine Ebene 1 und so hat noch ein paar kisten da nimmst du die das hättest noch nicht sein müssen vergiftet vergiftet ne blanks mhm das ist eine kiste gefunden interessant ne hatten wir noch nie was ist das hier diese obstpflege auf dem senkel wo ist denn eine obstpflege du hast doch schon wieder hallo ist ich dachte gerade du haust das mikro weg aus frust ja traurig mein plan das ist das schaff was ist das die 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 er einfach gestorben endlich munition für der eiswache laufen links rum nach oben mann 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 das geht mal nur so als hinweis dein ernst hat man für die rescue macht ihr uns schaden nein jetzt sterben wenn du dich rollst zum beispiel machst du ihm schaden das ist klar ja noch was ist ja noch was gespawnt da ist noch so ein ding wahrscheinlich oder müssen einfach warten das geht dann klar ob es geht man weg ist deswegen jetzt alles klar ich dachte ist irgendwie da hinten steht noch was kann auch sein also hätte sein können ich hatte den raum lang gute kisten und scheiß waffen ich finde die eigentlich gut ja okay dann baue ich jetzt den nächsten noch ratten ich weiß nicht was die an schaden machen aber sie machen lieber das reicht das ist der höchste schaden so schlecht oder tut ja der nächste ich habe es auch toll sehr schön ich weiß das auch gebrochen hat nur wenn die an der wand prallen oder so ich habe sie uns liebend gemacht er wollte zu mir ich einfach mal mit einem scheiß halben märz noch überlebe die ganze zeit najoah im tiefer ein bisschen wird der vor und so viele schüsse bekommen das ist sehr schön dass wir beim boss jetzt werfen sterben ich kann am anfang noch ganz einzale Das war ein cooler Sound gerade. Das klick klick. Hier hatte ich mal viel Schuss. Soll wir nochmal einen Desintikator oder? Ne, hier. Schleuder, ja. Nicht? Ich weiß nicht, Desintikator ist bestimmt stark. Dann desintikrieren wir halt. Ich denke schon. Dann los. Ich habe ihn. Ja. Und es fängt an. Ich werde sterben. Lass mich blinken. Ey, ich. Okay. Das war übelst knapp. Mensch, du bist ja fast erschrocken. Viel geiler fand ich, dass ich meinen Frank einsetze und genau in dem Moment verschwindet er einfach mal wieder. Waffe leer, Waffe leer bei dir. Ja. Das bringt bei ihm. Oder was? Also, das Einfragen bringt auf jeden Fall. Schade ist auf jeden Fall tot, den ich rausdrücke. Leer aus. Seh ich nicht. Aber er wird irgendwo da unten sein. Ja, genau. Du hast ihn angeblich gefunden. Habe ich so gehört. Schade. Du musst halt nur aufpassen, wenn sie irgendwie bei dir das spawnen oder so. Ich hasse es. Ich hasse ihn einfach nur. Da ist halt auch einer mit der Stärke rennt von der Ebene. Ja. Und dann kriegst du sowas hier, weißt du? Hey, voll das geile Gewehr. Im Shop kommen wir nicht ein? Ja. Ja. Vielleicht haben wir auch keine mehr. Ein Schlüssel bekommen. Ja, die gehört es nicht mehr. Na gut. Neun Schuss. Achja. 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 Zumindest läuft die Aufnahme. 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 Liebe für alle. Liebe ist für alle da. Das war knapp. Nein, das war Liebe ins Gesicht. Und das hat er einfach nicht vertragen. Ne. Vertragen die wenigsten. Ja. Den Lieben rücken. Der Liebesrücken. Na klar. Wird genervt. So viele, die uns lieben, Mensch. Sie lieben mich alle. Schießt da auf mich. Er liebt uns. Er schießt trotzdem auf uns. Ja. Warte mal. Ja. Du wirst es schon immer. Liebe tötet. Ich schnürfe einfach erstmal weiter. Ich schnürfe einfach erstmal weiter. Ich schnürfe es weiter. Smurf. Also für Granaten brauche ich gehen in Liebe. Das ist einfach kein Verständnis oder noch. Das ist einfach kein Verständnis oder noch. Nur im abgrund nicht schlecht. So. Dann gibt es jetzt wieder Liebe für den ganzen Raum. Komm. Er wollte mich nicht lieben. Komm. Magst du gerade was zu den Skills sagen? Weil du ihm ausgewischt bist? Ich bin über ihn drüber gedocht. So oder? Hä? Ja. Machen wir was cooles. Das ist eine Krato. Oder die Schrot. Ne die Diegel nicht. Also das. Er hat absolut keine Wirkung mehr hier. Okay. Ich kann dir das Hexagomminalblabla geben. Weil du sowieso nicht nutzen wirst. Hegamoniegewehr. Na ja. Dann hast du wenigstens auch was. Ja. Die wird wahrscheinlich so stark sein wie meine Nerfgunnschüsse. Schöne passieren. Wir haben den, den. Auf unserer Seite. Den Jam. Ja. Heute überhaupt nicht die Waffe oder? Nee. Ist auch nie bekannt gewesen. Dann ist er gut. Schaden war doch top oder? Wenn ich direkt davor stehe. Ja wie bei dir. Der braucht dreimal Liebe. Hier unten geht zwei drüben. Ah. Das war top von uns. Ich dachte du sagst dann einfach wir ziehen durch. Hätten wir ja nicht geschafft. Weiß ich ja nicht. Du hast vier Blanks. Ja. Nur gut. Einmal einsetzen. Keine Schlüssel. Dann gehen wir erstmal weiter. Schön. Ich dachte sie sind gegen uns. Angriff. Komm nicht voran. Oh. Oh. Na gut. Die zündet aber nur an. Das ist eigentlich alles safe. Nein, 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 nein. Warum nicht einfach in die andere Richtung gelotcht bist? Das habe ich nicht verstanden. Aber okay. Habe ich versucht. Dann danach aber. Mit der Geschwindigkeit ging das irgendwie nicht. Auch wenn du von deinen guten. Gute. Meine guten Freunde. Muni. Guten Muni. Lass du. Trifft jeder bis bei mir. Schuss des Gegners, oder? Na und? Das ist nicht mein Run. Ja. Alles gut. Alles gut. Wir müssen nur bis zum Tragen kommen. Fack. Das ist ein Moment. Falt auf. So richtig. So richtig. Oh nein. Kim. Kim. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja. Ja. Neutral praktisch. Du bist die Schweiz. Oh. Ich habe Black aufgesammelt. Okay. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Was ist jetzt besser? Keine Ahnung. Ah. Ich habe etwas muskelrelaxiert. Zählt das denn als Sniper? Das weiß ich nicht. Deswegen. Kau ich lieber die Sniper. mit Sniper. Bissens. Was? Ja. Ja. Vielleicht reicht das. Äh. Die Kohle kostet sie noch. Entschuldigung. Die Kohle. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich wollte ja mal irgendwie recht schnell. Ja. Ich glaube das ist das... Die Waffe. Ich glaube das ist das... das ist echt gut das ist einfach bloß wegen der Erfolge und Kacke ist sozusagen ja die Überlegung des Gudi nimmst das können wir gerne machen weil es wir dafür nochmal Monik kriegen das war knapp erlebt immer noch hast du das Ding jetzt auch schon leer gemacht? ja Junge Junge das hat nur 120 Schuss ja der Geist ich habe mich auf meine unten konzentriert dieses Apfel ja was der Geist hat beschworen hat der Mario der Geist ist ja der mit der Ak ach so ja der hat irgendwie nicht drauf geachtet das hat sich ein bisschen auf den Hammer gewartet so was findest du scharf ja also sag 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 der Richtige schon mal am richtigen Punkt wo es weiter geht ist das ist schon was feines eigentlich ja schau dass sie beim Drachen nichts bringt gar nix? ne kein slow? ne ne also ganz hessen auch glaube ich nicht ich glaube der war auch der ist auch gegen Giften alles ich muss gerade mal selber überlegen ich dachte dass man ihn anzünden kann nicht so wichtig ja gut wo weiß waren die normalen ja schon schon war doch nicht wie ich die sonderinwornes die sind besonders da kann man alles ich habe ja schon mal eine Tode eingebrochen ich habe ja schon mal eine Tode eingebrochen ich habe ja schon mal eine Tode eingebrochen ich habe schon mal eine Tode eingebrochen und da haben die Leute immer gesagt Kryo funktioniert nicht komm doch, komm doch Achtung schade ich hab mal aus so ist die frage holt man schlüssel und macht hier noch irgendwas auf wie fährst du denn 89 das ist eine gute frage hexa koste 104 oder doch aber nicht viel also wenn ich komme alle noch zu schießen danach und noch blenken was das zeug hält und so wir haben eine komische waffe also du steuerst mich gerade weil mein akku leer deswegen nehme ich mein akku auch raus controller wir haben dafür controller er ist leer in denen gibt mir den akku den akku mann wo ist die weiß kein menschen brauche die leute mal sehen wie ich dich trolle oder das brain auf kann nenne ich das nicht brain dead wobei es ein ziemlich geiler film ist kann man nur empfehlen ich soll die eispistolen nehmen ja gibt es dein bestes hat gehört in den letzten drei schuss das bilden hat die schlager geben dann die will ich nicht die kannst du selber nehmen ich denke bring viel spaß zu dir gebracht viel zu früh eigentlich müsste man da einfach mal unten an der wand stellen das ist eigentlich nichts wo man blinken müsste meine normale kommst du hast du eigentlich nur über den ja und den und den und den ok Geil, Problem. Viel Spaß, darfst du den Rest machen. Wenn ich tot bin, dass ich übrigens gerade bin. Ich hab ein paar P aufgesammelt. Überhaupt, kein Chaos hier. Wo ist das Item, das du fallen gelassen hast? Abgrund geblankt, kann sein. Ja. In your face. Absolut kein Problem. Ja, gerettet, gerettet. Gute Rescue. Ich seh die Lücke hier noch nicht so. Ich muss auf meine Seite des Lebens. Rescue to the Walls. Ich hab mein Bestes gegeben. Ne, hab's nicht. Auch ist egal. Alter Schwede, wie da auf einmal auf dem Bildschirm los war. Gut. Schienenkanone. Ach, das ist die. Die ich gekauft hab, genau. Ist leider nicht mehr so, wie es vorher immer war, dass man die mal am Run bekommen hat. Ja, leider, leider. Na ja, Leute. Würde ich sagen, Scheiße war's und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.